ja hallo und herzlich willkommen beim neuen unboxing dieses jahr die tin 2022 mit den ägyptischen götterkarten als thema und ich bin nicht ganz so zufrieden mit dem inhalt aus sammler sich betrachtet aus spieler sich betrachtet ist es glaube ich einer der besten aber dafür dass das thema ägyptische götterkarten drin ist naja finde ich hat man ein paar chancen verpasst also ich hätte gern endlich mal die vierte götterkarte horachti gehabt oder ein paar neue ja gut es gibt support karten für die götterkarten aber irgendwie hauen die mich nicht so um was ich aus der tinbox haben wollte wäre das dunkle magier mädchen im neuen artwork der blaue grächer weiße drache und der rotäuge schwarze drache diese drei wären so das objekt der begierde ich habe mir dieses jahr das eine tin geholt weil die karten einfach zu viel als der pool ist zu groß und die wahrscheinlichkeit damit viel zu klein die entsprechenden gesuchten karten zu ziehen deswegen nur eine box gekauft für die vitrine halt auch zum reinstellen und ja wir schauen einfach mal ob wir dieses jahr ein bisschen mehr glück haben weil letztes jahr war ja naja die ausbeute sehr bescheiden sage ich mal da war ja nichts von dem prismatics und ich haben wollte und ja schauen wir einfach mal rein was dieses jahr dabei rausgekommen ist stahlstern regler materie jagd tor gigatra ich glaube ich spare mir die namen jetzt einfach mal gucken die karten jetzt zügig durch weil die kamen sind jetzt nicht so interessant beziehungsweise also zumindest für aus sammlersicht für mich ist das jetzt nicht so besonders so die erste holo die fallen stellerin wesikulo ok stern staub spur sagt mir halt jetzt dass die neueren karten sagen wir halt meistens nichts deswegen kann nichts dazu sagen so eine prismatic die natürlich für mich so überhaupt nicht interessant ist ja soviel dazu was sind hier los drei viermal gedreht ist der rest jetzt nur noch kamen miaus klick ok für die katzen sammlung ja können wir mal mit rauslegen und der rest ist dann uninteressant für mich zum beispiel die käfer kavallerie ja nee nee es ist ja so karten da habe ich jetzt leider keine verwendung für wie gesagt ich spiele das spiel schon lange nicht mehr ist nicht mehr meins ist nicht mehr dass das juli früher ich meine es ist logisch dass ich das kartenspiel weiter entwickeln muss und ja es ist jetzt halt in einem stadium angekommen wo es mir halt keinen spaß macht ich bin da tatsächlich der du links beziehungsweise speed du spieler weil das noch ein näher dran ist an den früheren jugio und ja das hat mir halt wesentlich mehr spaß gemacht und deswegen sind die etwas der die neueren karten jetzt so ein bisschen irrelevant für mich geworden manchmal sind die vom thema her noch ganz nett wenn irgendwas älteres aufgreifen irgendwelche alten szenen aus dem anime oder so gibt sie die eine andere karte inzwischen die da noch mal darauf an spielt das ist aber noch ganz nett aber ansonsten ist da eigentlich nichts mehr dabei ich habe im master format zum schluss tiramiden monster noch gespielt herr des himmlischen gefängnisses auch leute das sind ja nicht mal gute prismatics hier ja also deswegen ist schon gut ich nur eine box gekauft habe die reis irgendwie immer verkehrt rum drin aus irgendeinem grund jedenfalls im master format habe ich bis zum schluss die triamiden gespielt wenn dafür support kommt nehme ich die karten immer ganz gerne mal mit aber ansonsten interessiert mich die meter gar nicht mehr und also weil man halt nichts mehr damit zu tun hat so an sich ja die ausbeute sieht nicht allzu gut aus aber ich habe das glaube ich schon mal erwähnt in einem video dass ich bei booster packs immer schon pech hatte also es ist ganz selten dass man da mal wirklich ja ich glaube ein zweimal kann ich mich daran erinnern dass ich ein ja eine eine ultra mal drin hatte ansonsten war es immer recht enttäuschend ich musste dann immer viele karten tauschen und machen um an das eine oder andere heranzukommen so letztes pack schauen ab wir dabei der prismatic jetzt noch mal irgendwie glück haben wenigstens was interessantes dabei ist müsste jetzt glaube ich kommen ein noch nicht und ja sagt mir auch wieder nichts weiter war nicht erfolgreich das ganze wenn ich wie gesagt die restlichen karten interessieren mich halt auch alle überhaupt nicht da ist auch nichts bei den comments dabei was für die sammlung interessant wäre deswegen kann ich an dieser stelle sagen bevor nur eine box geholt zu haben ich wusste nicht mal dass diese karten die ich jetzt als prismatics trainer hatte als prismatics drin sind ich habe mir damit ein bisschen was interessanteres erhofft ja damit endet quasi wie letztes jahr wir haben zumindest eine katzen karte für die katzensammlung und damit war es das auch schon für das unboxing die tin ist ja ganz schick die kommt jetzt noch mit in die vitrine und dann ist das thema auch abgehackt ich sage an dieser stelle tschüss und bis zum nächsten video